Hi! Wir sind wieder da, äh, im Skribble-Universum und wir dürfen heute wieder mal nach den besten Spielen, die wir in den letzten beiden Folgen gespielt haben, haben wir heute etwas weniger Action. Action, Action, Satisfaction. Stimmt ja, da war ja was. Was ist da los? Oh, ich bin dran. Wir haben gar nicht hier, guck mal hier. Hab ich ganz vergessen? Oh, wow. Tobias, du brauchst jetzt aber gar nicht reinkommen damit. Doch, ey, ganz vergessen. Tschüss, tschüss, tschüss. Aber seien die da heilung. Oh, ich krieg's mal Atomwerbung. Was ist das denn? Hey, das ist, okay, demonetarisiert. Nein, nein. Hä? Das ist ein Pimmel. Äh, was ist das denn? Oh, wie heißen die? Na, ein bisschen anders noch. Ach, hatte ich ja schon. Ähm. Ja! Hä? Oh, na. Hä? Wie? Das ist es nicht? Hä? Ist das eine Zunge, Pan? Oder was ist das? Das ist Blut. Ach so. Gibt's in Afrika öfters mal, Erik. Ach, ah. Ja. Na ja, gut. Das ist halt, äh, heute ist nicht mein Tag. Ja, ich werde heute... Huch. Ach, komm, ach, komm. Alles klar. Gut, ich mach das hier. Planke, 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 planke. Planke, planke. Hoden. 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 So. Also, wenn ihr das nicht erratet, dann weiß ich auch nicht genau. Äh, huch, warte. Dann muss ich hier... Höh, ich wollte gerade noch 404 Error schreiben. Höh, du bist ein Affe, mein. Ihr habt was mit Schimpansen, ja. Stimmt. Ja. Oh Gott, was soll ich denn nehmen? Oh Gott. Nimm mal Planke, Tobi, komm. Tobi, nimm mich. Oh Gott, ich hab, ich hab einen Riesenfehler gemacht. Oh Gott, ich hab einen Riesenfehler gemacht. Ja, okay, was ist da los? Ich hab einen Riesenfehler gemacht. Ich weiß es. Äh. Kennst du es, kennst du es nicht, Tobi? Googlst du gerade, oder was? Captain America. Nee, warte mal, warte mal. Das hätte ich mir manchmal gewünscht, ey. Eher was mit Wrestling. Äh. Okay, das wird, das wird echt straight. Ich weiß nicht, ob ihr das erratet. Keine Ahnung. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, ich will keine Ahnung, wie ich das malen soll, Mann. Hä? Hä? Was ist das? Warte. Hä? Warte mal, da ist auf jeden Fall ein Tier. Ein Tier ist das? Das haben wir öfter aber bei uns hier. Was? Die Oma, die im Wald kackt. Oh. Ja, sicher. Alter, willst du dich verarschen, Curry? Der kriegt schon wieder alle Wörter. Das sind doch ganz klar vier Pommesgabeln mit zwei Marshmallows. Boah, das ist doch ganz schön böse. Hä? Und der hat dann da oben, da hinten so auf dem Rücken, ne, hat der hier so über... Ja, bei, die sind ganz schleimig und ekelhaft, ey. Die Beine sind immer so. Ah! Ah, Mann! Ich erkenne das nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was... Ich habe keine Ahnung, ich finde es jetzt für mich, bei meiner Verhältnisse ist das nicht schlecht. Also, ich finde es gut. Was? Was? Ich erkenne meine Frau, hör auf! Was? Wie kommt man denn da auf Kröte? Hey, ich... Ich habe doch noch gesagt, wir haben das immer bei uns. Alter! Ich kann nicht malen, lass mich. Das sieht aus wie mutierter Hulk. Ach komm, mit ein bisschen Fantasie war das eine Kröte, ja. Ey, warte hin! Hä? Heilige. Ähm, Kröte. Sieht wirklich aus wie Kacke, ne? Ja, das ist so... Was ist denn heute mit den Zeichnungen los? Das machen die doch extra. Das ist so... Das ist so... So eine... Warte. Was? Ja, ja, Kröte. Ach, hör doch auf! So, das ist... Ne. Ganz, ganz viel, so... So, hier, guck. Das ist einmal, einmal ganz große Aufnahme, dann eine kleine Aufnahme und dann das, was da draus mal werden kann. Bitte! Ich habe keine Ahnung. Was? Oh nein! Hä? Hä? Oh Gott! Willst du mir, 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 erzählen, das ist keine Rosinen, oder was? Das ist einfach den Erik kotzend irgendwie. Das Ding ist... Ach so, Entschuldigung! Ich wusste noch nie, wie eine Rosine im Urzustand aussieht. Was ist denn jetzt im Wort? Du weißt doch, dass Rosinen Weintrauben sind, oder? Ajo! Ich beschäftige mich nicht mit Rosinen, da ich sie nicht esse. Du weißt nicht, dass Rosinen Weintrauben sind? Hase, ich kriege mehrere. Nee! So richtig vergammelte, vertrocknete, verschimmelte Weintrauben? So richtig esse die Dinger nicht. Ich finde die wiederlebt. Ich hab mir letztens beim Schäfer hier, hab ich mir ein Brötchen gekauft, ne? Aber ich hab gesagt, ich hätt gern so ein Schokobrötchen, ne? Da gibt die mir eins, da waren dann Rosinen. Holz-Konstruktion! Ich hab richtig angepisst. Das ist ne Holz-Konstruktion. Aber es gibt ja ganz viel Trockenobst, deswegen. Das ist nicht verwerflich. Wie soll man das denn? Ähm. Was ist das für ein Riesenwort, man? Äh. Ja, warte. Es geht tatsächlich eher um die Tätigkeit, ne? Die Tätigkeit. Venusfall. Ja. Ja, äh. Ja, äh. Ja, es ist so ein bisschen grammatikalisch anders gerade, aber es, ja. Ne? Hä? Ich mach hier mal so ein bisschen Blut. Ja, es hat schwierig, es hat schwierig gewesen. Loll! Was willst du verarschen? Ich mach hier mal so da dran, ey. Fleischfressend. Willst du mich verarschen? Warum ist das nicht close gewesen? Bleib was close, aber fleischfressend. Was ist denn das für ein scheiß Wort? Fleischmannspel. Ja, Mann, ey. Was ist das? So, fertig. Was? Ja, ey. Ja, ey. Ja, ey. Hä? Hä? Ah, ist klar. So wird's gemacht, Freunde. So wird's gemacht. Erik, du kannst es einfach. Hä? Pan, was? Das ist doch der Arsch von Eirange, Mann. Ernsthaft, Pan? Brezel. Ernsthaft, Pan. Brezel. Hä, das war doch eine Rosine, was los ist. Achso, hier nochmal schnell. Das muss auch raus. Was ist das denn für ein Scheiß? Tobi, nimm doch jetzt Rosine, Mann. Nimm mich doch am Arsch. Ey, was ist das Kackwort heute? Also, heute ist aber auch komisch. Ja, das ist die Hitze. Wir sind alle zu aggressiv. Ja. Sind wir auch. Also, das ist ein Schrank, ne? Ich sag das nur schon mal. Okay. So. Pass auf. Und den Schrank. Oh mein Gott. Nania. Es ist auch so warm heute, so ewig undankbar warm. Es ist wirklich mega warm. Wenig Sauerstoff. Achso, warte mal, scheiße. Warte mal, Moment, fuck. Die sind grau. Die bringen in den Schrank, oder was? Wenn man da die Wörter nicht gelernt hat, ne? Massageschrank. Hä? Nee, warte, die sind grau. So. Die sind grau. Die fliegen halt hier so rum, ne? Die fliegen hier rum? Warte, warte, lass den mal, lass den mal. Und dann tust du da halt irgendwie so, so in den Schrank etwas rein, so. Während graue Sachen rumfliegen. Und dann, wenn du das da reingelegt hast, dann hier. Ja. Äh, warte, ah. Hä? Ja. So? Nee. Ist halt ein Kleiderschrank, ne? Wollte ich ja nur dazu sagen. Ein Kleid. Ah. Ja. Pan ist richtig nah dran. Ja, ja, warte. Das, was du im Urlaub machst, du schiebst eine ruhige. Äh. Keine Ahnung. Nein. Ah. Scheiße. Äh, das hätte aber noch zählen können da jetzt. Mann, ey. Boah, das war aber auch, äh, puh. Da fliegen die so rum, weißt du? Die Motten sehen halt echt gut aus. Die fliegen halt sehr schnell, deswegen sehen das auch... Boah, schwierig, ey. Was hast du für schwierige Wörter? Die anderen waren auch beschissener. Zeitmaschine, hä? Hä? Die, hast du? Ah. Oh, Entschuldigung. DeLorean mal so. Das sind... Auch müde. Hä? Was ist das denn schon wieder, ey? Oh, nein. Hä? Was? Was? Hä? Iiii. Spiel mal schon der Filcy Hands. Also ist das auch entstanden wahrscheinlich. So, und dann? Ey, das ist nämlich zusammengeschrieben, ähm. Hä? Warte mal, kann das... Nee. Hat Pan das schon erraten? Hä? Warte. Ja, okay. Hier, Tobi. Eine Sache, die wir als Kerle nicht so oft mit in Berührung. Was ist das, Tobi? Das ist eine Hose. Und was ist das links? Naja, Curry, das kann man... Ey, willst du mich sagen? Was ist los mit dir, Pan? Mal doch selber! Mach ich jetzt auch drastisch! Mach ich jetzt auch drastisch! Oh, die Rumphose. Ich bin... Die Haare haben mich irgendwie... Oh, Pan macht mich richtig sauer heute, ey. Nein. Ich spiel nie wieder mal einen mit. Okay, let's go. Okay. Ach, nö. Boah, jetzt hätte es aber echt sein können. So, ne? Was ist das denn? Das ist erst mal... Also, Pan, das kann ich aber gar nicht erkennen. Das ist der Erik. Hä? Das ist der glücklich. Ninja. Das ist der glückliche Erik, so. Und dann kommt jetzt so... Okay, suche ich aus. Warte. Ja. Okay, ja. Warte. Hä? Hä? Tobi, was? Hä? Hey. Da ist sehr glücklich, der Erik. Hä? Hä? Ich bin der Erik. Hallo. Was? Ernsthaft? 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 Da steht Rork. Ja, da ist schon an die Krupp geworden. Ich bin sehr glücklich. Ich habe voll die krassen Wörter heute. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh, Mist. Hä, bei mir passiert nichts. Ah, jetzt. Oh. Lol, ernsthaft jetzt? Nee. Hä? Alter. Der macht sogar mit Schatten, Alter, was? Ja, voll geil. Mit Schatten. Das war, ja, die sollte auch, bei mir ist es heute echt einfach. Tobi. Ah, gut. Was einfaches. Ich errate heute nichts. Nichts. Okay. Tobi. Nichts. Tobi. Ja? Mal doch mal eine Geschossspitze. Hä? Tobi, was war das denn? Ey, Körby, hä? Körby, willst du mich verarschen? Wieder, wieder, wieder. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ey, ihr könnt mich alle mal. Als ob dir das gleich beim ersten Mal hier, weißt du? Tisch ist richtig. Was kommt da drauf? Deine Mutter. Was soll man das denn wissen? Mann. Das soll ich nicht wissen. Man ratet. Man ergriff es ein. Wie kommst du denn so schnell? Ernsthaft. Es war meine Körger. Gib zuerst Parkbank ein. Weißt du, zuerst Parkbank und dann, ja, natürlich Tischdecke ist das nächstliegende. So, weißt du? Klar. Ja, Parkbank und dann hab ich an den Tisch gedacht und ach, warum rechtfertig ich mich überhaupt? Natürlich. Bei der Parkbank denke ich immer zuerst an Tische. Guck mal hier, das ist ein schöner Vogel. Das sind Arschhaare. Was ist denn das überhaupt? Deine Leber? Ne. Was? Hä? Ist das eine Krähe oder was? Bitte töte mich. Bitte töte mich. Alter, was ist denn das? Das ist ein Pinguin. Die Füße. Was? Nein, warum? So, dann gibt es hier so Dinger. Was? Was, was, Pann? Was? 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 Hä? Willst du dich verarschen? Das war jetzt ja wohl einfacher. Hä? Und der wird dann manchmal hier so. Hä? Ich glaube, die langweilige ... Was ist denn heute denn los? Hä? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich bin heute echt zu blöd. Vogelsigarette. Warte, was weiß ich, was der da malen. Brieftaube. Vogelsigarette. Oh, Alter. Wie war's? Vogelsigarette. Ich weiß nicht, was heute los ist, Alter. Die Vogelsigarette. Ich will eine Vogelsigarette jetzt sofort. Oh Gott. Oh, schön, Tobi. Ah, nee, ist erfahren. Baum. Das ist doch eine Vogelsigarette. Ich habe mich auch zerstört jetzt gerade. Oh, schön. Bornzuchte. Bornzuchte. Alter. Keine Ahnung, bei den Wörtern heute, ganz ehrlich. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Das hätte mich nicht mal gewundert. So, mach mal hier. Hey, Curry. Alles klar. Tobi, Tobi, was? Ernsthaft jetzt. Hä? Mann, ist das dein Ernst, Pan? Ach, fuck. Ich finde es schön, wie Eric immer sagt, hä? Und dann eine Sekunde später schreibt er selber. Okay, ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll. Ich nehme alles gleichzeitig. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die malt. Hätte das sein können. Jetzt mache ich auch mal so komische Zeichnungen hier. Was? Tobias? Was? Das sieht irgendwie voll komisch aus. Briefkasten-Schlitzanlagen-Mitarbeiter. Hä? Was ist das denn? Oh. Oh nein. Sorry, da. Das war so klar. Dein Ohr. Okay, warte. Ich weiß nicht, wie man das hier malt. Ich weiß nicht, wie man das hier malt. Keine Ahnung. Die Punkte, die sind gut. Ja, ich weiß nicht mehr, wie man die malt. Diese komischen Klingen, die immer, kennst du doch, die immer, ne, so die Klischee-Klingen. Oh Gott. Okay. Was ist das denn schon wieder, Tobi? Was soll das? Kacke. Nudel-Auflauf. Fakt, das müsst ihr euch wegdenken. Wobei, manchmal hängt das noch so runter. Das passt schon. Nudel-Afu-Lauf. Was? Hä? Ja. So, dann wird es so. Geil. Bin ich, was ist denn heute los? Bist du alle müde, Haas? Die Formeln sind sehr präzise, Erik. Die Vorproduktion hat uns alle gebrochen. Pizza hätte auch sein können, stimmt. Das sollte ein Teller, das Graue, so. Ich mein Geld. Leute, das erratet ihr nicht. Scheiße, soll ich das malen? Ich bin einfach hier raus. Ich bin einfach hier raus. Das ist einfach, äh. Hä? Was? Das war, das, äh. Vorsicht. Alles klar Sollen wir noch eine machen? Ja komm, machen wir noch eine Warte, machen wir noch mit zwei eine Alles klar, machen wir Let's go Ich palle Oder Schamhaare von Manfred Keine Ahnung Ich seh's Wilson Hä? Was ist das denn? Hä? Oh Da ist doch jemand verliebt Die hat einen Penis Ist echt so Hä? Ist das Messer? Hä? Ähm Was? Ja Kann natürlich auch irgendwie hier Äh Was? Hä? Hä? Ja Loll Wer freut sich Ist doch noch so schüchtern So Ich höre jetzt noch anderes Was für Sex Alles klar Da ist er recht dabei Tobi Kürtel 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 Fertig Was ist ein Kürtel? Hä? Mein Kürtel Mann Wie schreibt man den? Weiß ich nicht Weiß das der Wurst Mr. Henke Mr. Henke So einfach Es ist total einfach Hä? Hast du wie? Achso Hä? Das war vielleicht nicht so gut Das war nicht so gut Weil das was Ja ja Ich weiß nicht wie ich das sonst malen soll Sieht irgendwie aus so ne Kackwurst Ist aber keine Es sieht echt aus so ne Kackwurst Aber die glitzert Ja Die glänzert Seitdem die gerade nochmal schmilzt In der Sonne Ist das Wasser? Hä? Ja und jetzt kommt da noch Dampf raus Hä? Ja also bitte Oh Hase ich liebe dich Ah Oh Gott Ja das ist so ein Boomerang Wie wird es erschieben? Wie wird es erschieben? Hä? Was ist denn los mit euch? Oh mein Gott Boomerangmüggel 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 Scheiße Schön Einfach schön Ich sollte in dem Fall noch ne Folge schaffen gleich Also ich war Ich bin zur Schule gegangen So viel Oh mein Gott Oh schön Tobi Schön Oh 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 Hey Tobi Alles klar Der Hitlergruß Nein Der ist es nicht National Keine Ahnung National Warte die haben dann oben immer noch so nöppel Was? So Feiner Sir Ich mach das mal weg Was? Ja Das ist doch grau du Spacken Was machst du denn? Oh Gott Oh Gott Aber das müsst ihr eigentlich Warte ist das denn Hä? Wie? Ne Warte Stock Stock Absolut Boah Hinten dran ist grün Auf die Fresse Stock Wander Wander Stock Aber heißt es nicht eigentlich Wander Stab? Heißt es nicht Wander Stab? Ich dachte auch Dass es eigentlich eher G-Stock Und Wander Stab ist Aber so kenn ich's auch Also irgendwie war das falsch Kein Plan Ich weiß nicht Ich habe keine Ahnung Geh Hä? Geh Oh Gott Oh Gott Du bist so glücklich Alles gut Alles gut Hä? Was ist los? Was ist los? Hä? So Halt es mal So Hä? Hä? Mir wird jetzt einige Namen einfallen Von Personen nicht hier Aber jetzt nicht Oh Gott Ähm Scheiße Dann sind da immer so Äh Äh Was? Ist das ein Spiel? Nein 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 das sind so Flecken? Ne Landgarte Hä? Hast du? Ey Gib mal einen Tipp Geil Hä? Im Urlaub Trägt man die Ah Und Jürgen von der Lippe Ja genau Alter Was ist denn hier los? Also er hat Arme und Beine Die sind nur versteckt Ich finde das sieht voll Cool aus Ich finde das sieht voll Hätte echt Planke sein können Mann Ne? Oh nein Das soll nicht rassistisch Gemeint sein Man traut sich ja gar nichts mehr Zu malen Wie mache ich's schön Hä? Was? Erzähl mir doch keinen Oh warte mal Lass mich das Schön machen Damit das nicht irgendwie Bitte Ich wollte das Nämlich jetzt schön machen Nein Nein Lass mich das schön machen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ah Mist Tobi Was hat er geschrieben? Ich wollte eine schöne Frau machen Und dachte wir ihn nach Hause haben Ach der hat das gar nicht lesen Ne Äh Oh Gott Japan Japan Ich hab geschrieben Die mit den Hunden Was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße Ne Oh mein Gott Kappe Ja Schreib das noch Zehnmal hintereinander Das ist die YouTuber Der das nochmal wissen will Ey Jo man Cool Get up Hi Kids Hi Kids Obermathrose Hä Was ist er denn da? Boah So Äh Hoffentlich krieg ich das überhaupt hin Ne War ich keine Ahnung Hä Äh Was ist das? Ne Nein Hä Wie der guckt Der hat richtig Bock Der genießt das gerade Komplett So Äh Pff What? Fahren Fahren Ne Das ist auch ein Board Aber das ist Mit Rädern Weißt du Hier ist so ein Boardstein Ein Boardstein Ah Fuck Skateboard Skateboard Oh ja Geil Das will ich zeigen Oh das hat auch wieder Planke sein können Oh verdammt Hätte es wirklich Ne Ich weiß es Alles klar Hä Atari Hä Ich habe auch gerade an Atari gedacht Ohne Scheiß Ne das Zeichen sah so ein bisschen so aus Ja Ja Hey was ist jetzt Ah Nein Ja Ich wollte auch Karotte schreiben Und das ist heute noch los ey Ich habe keine Ahnung Oh nein Ein bisschen Oh nein Aber ich will das düstere, dass oben der Mund wäre Oh Ja guten Tag Alles gut Hä Schöne Tobi Tobi Wehr dich Erik du Arsch Boah Alter Was ist das denn Mist Also es geht Hier um die Dinger da Ach Halt hier die Arme noch Wofür die Hähnchenarme ey Hä das sieht aus wie Augen Das sieht aus wie Augen auf der Brust Das stimmt Das stimmt Vor die abgefuckte Brust Ja Ich weine nicht Ich schwitze Ja das war wieder eine tolle Runde Oh Gott ey Können wir noch eine Runde machen bitte Ja auf jeden Fall Komm wir machen noch eine Runde Eine Runde machen wir noch Eine Runde machen wir noch Eine Runde Nächste Folge ne Ja Jaja auf jeden Fall Ja auf jeden Fall Eine machen wir noch Alles klar Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Tschüss!